Hallo und herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz im Zirkus von Washington. Die Fans stehen schon bereit, auch einige Ultras sind mit angereist, denn der Hauptakteur der roten Mannschaft präsentiert sich seinen Anhängern. Da kommt er, der Antritt war auch schon mal dynamischer. Der Mann, der in diesem engen Match ja so unfair behandelt wird, weil er ja gegen 50 Joe Biden spielt. Joe Biden could have voted 50 times, as far as we know. Ja, oder 5000 Mal, das Spielniveau wirklich mittlerweile ganz unten angekommen. Trumps Team denkt aktuell wirklich nur von Klage zu Klage. Denn logisch ist ja. Eigentlich hat er zu wenig Punkte auf dem Konto, aber absteigen? Er, der Gewinnertyp, niemals. Das ist eine spannende Taktik. Einfach Siege erfinden, obwohl man gegen den FC Pennsylvania ja verloren hat. So kann man natürlich auch die Statuten des eigenen Verbandes in Frage stellen. Und jetzt Ultima Ratio, das letzte Mittel. Der Mann, der fast noch nie eine Frau eingewechselt hat, spielt jetzt den Damenversteher. Wahnsinn, das ist wirklich den allerletzten Fall, den er da noch im Köcher hat. Da hilft nur noch beten. The Lord says it is done. The Lord says it is done. Und da wankt er raus. Hat er sich da nochmal versucht, am Pfosten der Macht festzuhalten? Alles probiert, alle Tricks angewandt. Auch wenn die nicht im Regelwerk stehen, da muss er sich nicht wundern, wenn er ausgewechselt wird. Aus, aus. Das Spiel scheint aus. Das Spiel scheint aus. Vielen Dank.